ja misst sie so ich bin jetzt wieder hier um bin da ist mir voll viele ich weiß was man da benutzen muss oh mein gott werden also brandgranaten gefunden ja oder die gehen auch die gewassen hatten also scheiße jetzt habe ich da so das hohen söhne hoch runter ich habe die richtig geht man jetzt haben wir wieder in die fresse gesprungen also ich glaube hier kommen unendlich mann nein ich bin tot alter nicht den ernst da kommen glaube ich unendlich oder was machst du dagegen was was machst du dagegen messer aber wie die einen anspringen die übelsten huren söhne müssten wir jetzt noch mal hin ich hab's nee ich habe natürlich geschafft so wie sind wir erst hier habt ihr schon geschafft was ich muss erst mal sich wieder an machen und so alter man ich bin schon wieder tot man es ist behindert voll die missgeburten ne ja man ey wie soll man die töten keine ahnung ey wie hast du die auch nicht geschafft oder was runter hoch ne hoch runter ja ich bin auch gestorben ich muss gerade wieder das strom anmachen krass ey hoch runter hoch ich bin immer falsch hier wenn die tür hier hast du denn so eine trophäe da bekommen eigentlich ich habe mit der pump gun in mehrere reingeschossen so vielleicht so drei gleichzeitig töten voll die arschloch wichser ja man ich hasse die auch ich kann da richtig so hin und tötet ihr einfach mit meinem messer komm her du arsch zack hoch mein gott runter krass ja ich hab's geschafft krass 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 Was ist das denn? Warte, ich geh erstmal hier rechts. Hä? Hä? Was soll man da machen? Guck mal gleich, wenn du da hochläufst. Warte, ich hab den erstmal getätet. Ich nehme hier die Sachen ein. Rechts und links. Ja, ich weiß es. Oh mein Gott, ich werd angeschossen. Genau. Muss man abballern, wa? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie, oh mein Gott. Krass, Alter. Nee, du musst vorbeikriechen. Ach so. Na halt schon mal deine Pistole parat. Sag ich dir nur. Äh, wechsel ich schon mal. Ah, jetzt krieg ich ganz schön Angst. Alter. Ah, ich hab die hier so reingeloggt. Die wurden, einer wurde von der Maschine getötet. Ich bin hier schon weiter ganz hinten. Ich nehme mal so eine Spritze. Ich speichert jetzt. Ich bin jetzt hier an so einer Tür. Hab sie aufgemacht. Also ich geh jetzt erst mal hier rein. Warte mal. Oh mein Gott. Ich geh jetzt erst hier hoch. Jetzt speichert es bei mir. Jetzt geh ich da. Okay, ich bin jetzt hier an dem Tor bin ich. Oh mein Gott. Ich hab aufgemacht. Das Tor. Ja, genau. Ich hab auch. Rechts kommen zwei. Ja, ich hör das schon. Komm noch mehr. Alter. Was ist hier los? Ich hab Angst. Wo bist du denn langgegangen? Wo bist du langgegangen? Ich bin immer noch vor dem Tor. Ich bin noch vor dem Tor. Da kam die ganze Zeit welche. Ach ja, genau. Da kommt noch mehr. Hinter dir auch und so. Hier kommt noch mehr. Ich schieße dir erst mal alle weg. Links oder rechts? Warte, ich schieße dir auch erst mal weg. Oh mein! Oh nein! Wie ohne einen? Okay, rechts nicht. Vater. Rechts auf jeden Fall nicht. Nicht? Kannst du ja probieren. Nee. Wenn das da nicht weiter geht. Warte, hier sind die ganze Zeit so Mistviecher. Kommen da bei dir auch noch die Dicken? Ist hier nichts zu looten rechts? Ich geh mal in die Lut... Achso, da sind diese Baller-Dinger, ne? Ja, genau. Ist voll losgeballert, ey. Ne, ich hab's noch gesehen. Das war so ge... Ich geh jetzt hier links lang. Genau, ich bin auch schon links. Oh, da ist wieder so ein Baller-Ding! Links. Ich duck mich. Genau, ich geh duckend vorbei. Rechts war das Baller-Ding. Ja, mein ich ja. Die kranke Musik hier. Die kranke Musik hier. Jetzt geht's hier auch wieder links. Warte, ich muss Leben nehmen. Warte, vielleicht ist hier hinter der Kiste irgendein Loot. Ja, ich bin auch noch geradeaus weitergegangen. Aber hier ist nix. Dann geh ich jetzt da rein. Verrückt, die Musik. Ja, man soll Psycho. Oh mein Gott. Guck jetzt hier. Rechts und links auf der Münzen liegen. Ich hab erst eine Münze gefunden. Da vorne kommt ein Wichser. Das ist schon wieder so ein Stinkender. Der stirbt nicht, ne? Dann muss man eine Pistole abschießen. Genau. Was denn? Passiert nix. Oh mein Gott. Ich hab keine Money dafür. Was hab ich tun? Du musst sie umdrehen. Du hast bestimmt schon die verballert, war die krasse Money? Ja, da waren noch so ne Psychos. Ich hab den tot gemacht. Ne, die anderen konntest du mit normaler Waffe, mit normalen Pistolen töten. Scheiße. Hier ist ne Münze. Aber kannst du noch aufheben vielleicht. Ich muss aber Speicher bestimmt hier. Ach krass, da kommen ganz viele Mistmenschen. Was denn das für hättliche Geräusche? Überall höre ich hier so Mistviecher. Ah, hier wieder. Rexy. Was machst denn du jetzt? Hallo? ?